Die Technik ist nicht immer nur eine schlechte Sache. Toll, dass ihr uns heute zuschauen könnt und auch danke an die, die es wirklich gemacht haben, hier mit der Technik. Das nächste Stück ist ein kleiner Appell an eure Träume. Und heißt abgeschminkt. Das nächste Stück ist ein kleiner Appell an eure Träume. Ein Ort für das, was mit uns macht, was es will, wenn nur es zulässt. Hast du dich schon einmal verloren und wiedergefunden oder bist du ganz schön verschwunden? Im Labyrinth der Lachen, bloß ich kann, ja ich weiß, alles hat seinen Preis. Komm, wir bleiben die Träumer und schneiden der Träumer und lieber nach Liebe. Komm, wir bleiben die Träumer und schneiden der Träumer und lieber nach Liebe. Schau uns zu bekriegen, schau mir doch einmal in die Augen. Schlaf endlich bei mich, verschleiche dir nichts. Außer, außer da zu sein. Käseu durch die Träumer und knut hacia mir. Du komm, wir bleiben die Träumer und claim zu minds. Pfeifen nur! Vielen Dank! So, vielen Dank, Magnus! Eine Sache noch, wem das gefallen hat, wir wollen den Abend heute einen kleinen Liedermacherabend ausklingen lassen, in der Barerstraße in Schwabingen, Barerstraße 67 in der Kostbar. Fühlt euch herzlich eingeladen, Eintritt ist frei, vier Liedermacher sind da. Eintritt ist frei. Eintritt ist frei. Eintritt ist frei.